Hallo meine Lieben, endlich ist es soweit, ich darf euch jetzt vorab hier die Produkte der Woche 1 der SoSummer Collection erzählen und ich werde es kurz und knackig machen, werde euch die Produkte kurz vorstellen und im Text dann eine kleine Erklärung dazu nochmal, dass ihr das nachlesen könnt. Ja, ich freue mich. So, dann kommen wir gleich zum ersten Produkt und es ist eines unserer Bestseller Produkte und zwar die Body Butter von Epoch. Ja, ich zeige es euch gleich mal, wie es passiert. Sie enthält eben auch Sheer Butter und das Fruchtextrakt vom Barba Baum Afrikas. Ja, sie spendet ganz viel Feuchtigkeit und sie macht die Haut widerstandsfähiger, also die Widerstandsfähigkeit wird gestärkt. Ja, perfekt ist sie jetzt auch im Sommer nach dem Sonnenbad, also nach der Sonne einfach einschmieren, dann hält die Bräune ein bisschen länger. Ja, und auch Babybäuche, also ich habe sie auch bei meinem zwei Schwangerschaften verwendet, gegen Dehnungsstreifen, also einfach eine Ware, ein Ware Allrounder. Ich zeige euch noch, wie sie, also sie ist einfach so die Konsistenz und ja, sie ist ganz reichhaltig und lasst sie eben super verschmieren und sie riecht so gut. Dann könnt ihr sie reinlegen, also so nach Vanille. So, weiter geht's mit unserer Sonnencreme, der Sunrite 35, Lichtschutzfaktor 35 und sie enthält einen mineralischen Filter und das muss man sich vorstellen. Da legt sich auf die Haut wie lauter kleine Sonnenschirme oder Spiegel und die dadurch wird eben die UVA- und UVB-Strahlung abgestoßen, also die dringt nicht in die Haut hinein. So wie beim chemischen Filter, da dringt die Strahlung eben in die Haut hinein. Und deshalb ist sie halt perfekt für Sonnenallergiker und auch für Kinder. Noch dabei sind unsere Bronzing Pearls, die Puderperlen. Und zwar sind so kleine Kügelchen und die bestehen aus fünf Farbnuancen. Pink, Orange, Braun, Bronze, Gold. Also sie passen sich dann dem Hautton an. Ja, perfekt sind sie eben. Ich zeig's euch kurz. Dann tut man sie so ab, dass das abperlt. Und dann, ich hab jetzt schon ein bisschen was drauf, auf den Schmormund und den Wangenknochen. Sie verleihen einfach einen leichten Sommerglow. Ganz einen natürlichen, der sich eben der Haut anpasst. Zum Schluss kann man auch noch so ein 3er. Also perfekt für den Sommer und für ein natürliches Make-up. Ja, sie sind auch als Lidschatten zu verwenden. Also einfach mit Pinseln und dann hat man so einen leicht goldenen. Passend dazu in Aktion ist auch der Kabuki Brush. Er eignet sich perfekt zum Auftragen von den Bronzing Buds. Oder auch für die CC-Creme. Also für die gedünnte Tagespflege. Da spart man wirklich viel. Unser nächstes Produkt ist die Rejuvenating Tages- und Nachtcreme. Und zwar, da wird die Feuchtigkeit in der Haut gebunden und eingelagert und dadurch zieht sie auch Feuchtigkeit von außen an. Ja, und ab 25 sinkt ja der Hyaluron-Spiegel. Und ab dem Alter sollte man eben Hyaluron, also die Feuchtigkeit von außen der Haut zuführen. Also besser vorsorgen, als dann später mit den Fältchen nicht mehr wissen, was man damit anfängt. Ja, dann haben wir noch die Clear Action. Und zwar, das ist gegen Unreinheiten, also starke Unreinheiten und Akne. Und das ist wie Rasierschaum. Dann lassen wir zwei Minuten einwirken. Und die Pori wird eben tief gereinigt mit Salizilsäure. Und das verhindert eben die Entstehung von Unreinheiten. Ja, und jetzt kommt es noch zum Goodie der Woche. Also für alle, die hier meine Newsletter anschauen. Und zwar habe ich das Bodylufra, unser Duschpeeling, in Aktion genommen. Und das enthält eben Walnussschalen, geriebene Walnussschalen. Es wirkt eben wie ein Peeling auf der Haut. Und ich erkläre es euch dann in einem Video noch genauer. Und es ist einfach perfekt, wenn man so trockene Ellbogen oder überhaupt trockene Haut hat. Ja, im Sommer sowieso perfekt. Und auch vor dem Rasieren. Dadurch ist die Rasur dann ganz glatt und geschmeidig. Also ein Top-Produkt. So, ich wünsche euch viel Freude beim Nachlesen der Produkte und vielleicht beim Shoppen. Und bitte unbedingt, wer was bestellt, bis 21. Juli. Weil am 22. endet ja die Woche 1. Und da müssen wir in der Früh dann schon zeitig bestellen, dass wir alle Sachen ergattern. Weil der Ansturm, der wird ziemlich groß sein. Ich freue mich. Baba!